Ja hallo Leute da sind wir wieder Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und äh ja für diese Folge haben wir uns wieder was vorgenommen Ich will nämlich in den Neta gehen und hier ein paar Sachen farmen so für die Neta Warzenhöhle da unten und äh Lass mal einfach mal schnell auf Monster Yard Okay dann hauen wir raus hier So achso und äh wir hatten ja den Ben in der letzten Folge der kann leider doch nicht das ist natürlich sehr schade aber äh 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 nein das ist wirklich schade Alter ich muss mal kommen also ich finde das schade Tom naja was habe ich ganz gesagt Alter da hab ich Na wo die alten die Viecher hier also da ist ein Creeper noch der Creeper such mal da für ein Skelett ja da sind welche da stehen drei Skelette vorm Creeper das ist doch optimal aber ich muss dem Creeper erst ein paar Leben abziehen kommst du zu Papi Nummer eins und Nummer zwei so und jetzt schieß auf den schieß auf den Nein lass das Gerät am Leben Tobi Ja ich haue hier die Zombies und so weg Achso okay schieß doch jetzt Aua Alter verdammte Spinne verdammte Spinne ey von hinten ist halt echt asozial ne Oh oh Das Creeper nicht tot Nein Aua jetzt schon meine ich Tobi helf mir mal jetzt kurz Oh Alter da kam ne Spinne von hinten und äh dann wurde das einfach zu viel ich besser das jetzt mal aus obwohl das sowieso ne Höhle Bessern wir das aus oder? Ja natürlich besser haben wir das aus Ja ok ich suche dann schon mal das nächste Skelett und den nächsten Creeper Oh man und ich hab dem für den extra zwei Pfeile verbrochen Ah ne das ist Zuckerrohr Ah da sind Creeper da sind sogar zwei Creeper jetzt brauche ich nur noch ein Skelett komm mal mit hier komm Wir gehen jetzt mal aufs Skelett suchen ne du läufst ja noch Dein jetzt eins hier bei mir Ah ja ok ich komm nochmal zu dir Sogar zwei Ja kommt hinter mir her Zwei Stück kommen Tobi Da sind sogar auch noch Creeper Zwei Stück kommen Nice Da ist ja noch ein Creeper Ja ok dann mach du das mal nach Drei Hilfe Ok die muss ich töten Oh Scheiße hat besser ich aus Tobi Ja Hm das kann ich nicht wegwerfen Äh Äh Zombiefleisch ey Unnötige Scheiße Sind nur für äh Dingsbums gut für Hundi Oh Oh Aber da wir sowieso hier keine finden werden Wieso kriege ich denn immer weniger Erde als die weggebombt haben? Das ist ja voll bescheuert Weil das mal ist Ja 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 Gilly 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 Hast du noch so ne Schallplatte? Ach ja du bist gerade dabei Hast du dem Creeper da schon Leben abgesucht? Da unten ist einer Da unten ist einer Pass auf Renn weg Renn weg Ja die hier Nein lass das lass das Lass es Also Aber es schießt mich hier ab mal Das ist doch scheißegal Wir haben schon drei Schallplatten Jetzt Welche ist denn das? Äh S-T-A-L Also Stahl Oder Stahl Oder Au Ja und weiter Pass auf hier unter mir ist ein Creeper Alter Tobi wie viele Pfeile du in deinem Kopf Und Pass auf Hast du ihm schon Leben abgezogen dem Creeper? Nein das mach ich ja gerade Ja komm das mach ich mal Ja jetzt jetzt wäre optimal Jawoll Nummer 1 Und Jetzt lass ihn Nein Tobi Jetzt 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 Jawoll da ist die nächste Ne blaue Äh Alter Du Nigger stell dich doch nicht Äh das ist die C418 Wait Ich hab die C418 Stahl Stahl Ja und wir haben dann noch solche mit Äh hier solche grünen zwei Ja ich weiß hier oben auf unserem Berg Tag war noch ein Creeper den wo ich meinen Bei den Hunden Sonnenkurs gelöst hat so wie viele Pfeile du da stecken hast Das gibt's ja gar nicht Und ich kann ein kleines Klett einfach so richtig Ah da oben creepy So mir die ja nervt nicht den Tobi der ist beschäftigt Creepy Und es kommt so wenn er es kommt Oh das hat ihn schon getroffen Nein das war ich zweimal so mit dem Pfeil Ja Alter wie viele Pfeile du stecken hast Lol Okay Lol wird das Hör auf Mach kein Theater Warum Nein Das Glätt hat nicht abgeschossen So äh ich Gib immer kurz deine Schallpläne dann bring ich die auch schon mal weg Weil ich mir auch noch neue Schuhe machen muss Lol jetzt leck gerade Geh mal Ey Gibst du mir mal deine Schallplatte Naja Wenn du mir im Gegenzug Erde gibst Äh ich hab keine mehr wirklich nicht Mein Inventar ist voll aber keine Erde Ich hab eine Holztreppe Ups Gib mir mal ganz kurz die Schallpläne dann bring ich die schon mal weg Ja fang mal Ja Das war Gunpowder Aber das kann ich auch noch aufnehmen Alles was ich nicht aufnehmen kann bleibt da liegen Oh du hast die schwarze Schallplatte die ist ja geil Hier liegt noch Stein Ich geh da mal weiter aufsuchen Da ist ein Creeper Da liegt zwar noch ein Stack Cobblestone aber das ist ja egal Äh Das liegt bei einem hinter Also das lag an dem Creeperloch das du ausgebessert hast Wieso Hast du den da hingekroffen? Ja weil man Inventar voll war Lol Creeper 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 Kam an unserem Haus vorbei aber ist nicht explodiert Aus Sicherheitsgründen werde ich den jetzt entfernen Weg ist er Mann es gibt einfach keine Skelette mehr in dieser Welt So rein Mann schmerzt es kaputt und da ist da sind Skelett Boah theoretisch wir könnten uns hinterher mal so eine Schallplattenkiste machen wenn wir weiter so Schallplatten fahren geht Ich wollte jetzt in der Nähe da Wo ist denn unser Obsidieren Weil ich mach das also Nein ich hab den Creeper getötet Mann und Mann du wärst schuld Zombie weil ich dich schlagen wollte Hier sind die anderen beiden Schallplatten die tue ich jetzt auch mal hier rein Okay jetzt haben wir schon vier Stück Von den scheiß geilen Teilen Ich bin schon wieder Level 25 Ich 38 Okay der müsste so gut wie tot sein da So ich baue jetzt mal das äh Portal hier in die äh Warzengrube Boah wie viele Netawarzen schon gewachsen sind Die kannst du mal abfarmen wenn du willst hier Ah ne die sind noch nicht voll Nur zwei sind bisher Voll gewachsen Und denk dran Kennze Kennzeichne deinen Weg Äh ich geh einfach wieder zu dem äh Ach ja genau wir Man spawnt ja auch im gleichen Stopp bevor ich da reingehe Ich brauch ne Spitzhacke Nein doch nicht alle abernten Tobi Nur die zwei richtig großen du Honki So da kommt immer das selber raus Nein aus dem großen kommen drei Und aus dem kleineren kommen eine Sonst würde halt doch keinen Sinn machen Dass wir die anpflanzen Na egal dann pflanzt die wieder an Ach ich hab noch Eisen im Inventor Ne du darfst ja auch keine Fackeln machen Na ist ja klar Äh klar Nein dann wachsen die nicht so gut Das ganz bestimmt Nein aber dann mach Ne normalerweise braucht man ähm Lava Ja dann mach da Lava hin wenn du Lust hast Erstmal muss ich mein Inventar hier voll Oder Glowstone Ich mach erstmal Glowstone Die wachsen eigentlich glaube ich überall Gleich Hauptsache die haben nen hohen Lichtlevel Also so Ne hoch garantiert nicht Doch also die brauchen schon nen Einigermaßen guten Lichtlevel Lol Vor meinen Augen sind welche Malben gewachsen Ja und Alter wie viel Eichenlaub du geerntet hast man Ich mach mal ne neue Kiste ne Hä nein wieso auf der anderen Seite die sind doch noch nicht voll Äh doch ich hab gerade alle voll gemacht Ja warte dann mach daraus ne Doppelkiste aus der letztes Ja mach ich doch Mach ich doch Ah ja Das funktioniert nicht Ja weil die sind zu eng aneinander Ich hau Ne da war die eine Hälfte von der einen Kiste ab Lol ich hab nur noch drei Leben Weil ich in dieser Berg runtergesprungen bin Ja ja So Äh Pfeile hab ich keine mehr hab ich abgelehnt Mach man heute doch irgendwas gucken Ja vielleicht brauch ich ein bisschen mehr Pfeile Falls mir da so Viecher entgegen Ach wir haben auch schon zwei Gastränen Ähm Wollen wir denn unsere scheiß Pfeile Wir hatten doch viele 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 Nein hatten wir nicht aber ich glaub sieben werden auch erstmal reichen Ich muss mich ja nicht mit den Viechern anlegen Ja okay Dann äh Stütze ich mich jetzt mal so ins Gefecht hier Ah meine Karotten hab ich vergessen Hab ich auch hier reingelegt So Na ich bin dann mal weg ne Ich bin mal gespannt wie es hier hinterher aussieht So Hallo ihr kleinen Warzen Und ab ins Portal Ja dann verschwinde ich hier mal Ah ich hab noch den Netter vom Let's Battle äh verboten Also ich bin sofort wieder da Ja so da bin ich wieder Der Netter ist jetzt mal erlaubt Und jetzt können wir hier wunderschön das Ah ne ist er noch gar nicht weil ich den Server ja nochmal restarten muss Mami Restart Ne wie geht denn das nochmal Warte mal Restart Nein das geht nicht Torben Ja wie geht denn das Okay ja dann sind wir sofort wieder da dann schließe ich den Server an Ja so jetzt ist Netter endlich erlaubt also Hölle Und äh dann will ich mich mal auf den Weg machen So Oh Gott Oh Gott das ist gerade wieder Okay ich bin im Portal und äh Ich hör schon wieder die Geister hier irgendwo rum Boah ne das leckt wieder Im Netter leckt das gerade ein bisschen aber jetzt nicht mehr So Wo seid denn ihr scheiß Viecher Gut Torben mach mal ganz kurz Pause das leckt Äh wie Ah nicht mehr Du greifst mich ja jetzt wohl nicht an oder Das sieht aber ganz so nach aus Nein nicht mal den Pick Ich wollte mich glaube ich alle angreifen Wenn ich das richtig sehe Ja der will mich angreifen Was hast du denn so gemacht? Ich hab dich gar nicht berührt Leck mich doch Alter wollt ihr mich verarschen Jetzt geh dir hier zu dritt auf mich los Lol das wird heftig Das wird heftig Boah mate du schaffst nicht drei Pickmen Alter Tobi ich hab keine Ungemerung mehr nur noch drei Leben Was? Alles auch Ich schwör Lol nur noch zwei nur noch ein halbes Und ich bin tot Alter du bist so schlecht Alter Tobi ich hatte Lol Wieso bin ich denn jetzt hier äh Im Wasser Da muss es wieder Ja das funktioniert hier Irgendwie nicht Mach mal schnell tp Warte nein 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 ich mach Cybertron einfach nur Na danke Alter das war aber Ich geh da nicht mehr drauf Hol mal deine Sachen Nein die hol ich schon Lol ich hab meine Leben Level behalten Ja Was ist das denn lol das leckt wieder Was ist das denn Wieso das denn Der Typ hat mich einfach angegriffen Mal Achtung Tobi Erledigst du die mal ganz kurz Ich hab keine Sachen nämlich Der ist leckt wieder Na ok Ich kann nichts machen Äh jetzt geben wir mal hier schnell meine Sachen Na so mach ich mich meiner Welt um Ah Das leckt mich Fick euch Lass mich hier durch Tobi Hilfe mal Hilfe Die Typen regen so auf ne Wenn du noch nimmer weißt dass die aggressiv sind Dann gehen die auf einmal auf dich los Lol wo ist mein Schwert hin Da Der muss jetzt so ein Gast sein Ja ich weiß den hab ich auch schon gehört Ähm Ja tut mir ein bisschen leid jetzt mit den Leveln Das liegt wohl am Plugin Ja ist doch nicht schlimm Ja ich werde jetzt nicht extra nochmal sterben gehen Aber das wird Das werde ich wieder beheben Also Nächste Aufnahme wird das nicht mehr so sein Wow Du hast ihn glaube ich gefunden ne Äh weiß ich nicht Lol ja der schwebt hier Äh ja das ist gerade so optimal weil ich gerade mein Inventar ein bisschen sortiere Und gerade dabei erhebliche Probleme habe So Jetzt haben wir es Ah ist es Hast du einen Bogen dabei oder soll ich das machen Boah ich stehe ja aber ich möchte den nicht zählen hier Der schwebt gerade Magma Slime Da unten Ja den Sobald noch einer da hinten Den brauchen wir Oh das ist aber nur ein kleiner Nein Ja au Das ist gefährlich Scheiße Fick dich Komm da Idiot Ja ich will die abwehren Aber das hat irgendwie nicht funktioniert Ja geh mal Geh mal So Nein Au Alter wie geil ist das Guck mal Mann das hat nicht funktioniert Alter komm jetzt her Schieß Schieß Ich mach dich fertig Da jetzt komm Ja Bam Weg ist er Das war ich Nein das war ich ich hab den abgewehrt Oh Nein die ist runtergeflutscht Ja wir haben schon zwei Alter wieso Hör ich Alter Tobi warum leftest du denn immer Machen Machen Pause Lern mal ganz schnell Leck das gerade wieder zu Söder So da sind wir wieder Weil Tobi jetzt ein bisschen gelebt Deswegen hat er mal gelesen Und ich sie Loh Oh Fuck Ich besser das mir ganz schnell aus Das sieht nämlich wie Alter ist wirklich gefährlich wenn jetzt ein Gast noch den Soundcenter wegschießen Söder Ah und ich höre schon wieder so ein Vieh Hast du das mir grad gemacht Ja doch habe ich gerade gesagt ich höre schon wieder so ein Vieh Wo sind denn die Loll hier unten Loll Scheiße scheiße Uah lege 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 Ja Ja Also nicht schießen Ja mach ich nicht Auer Ich wollte dich nur vorm Schießen abhalten Ja ich hab schon Ah der ist da oben Pass auf Bevor der jetzt den Boden hier wegschießt Der brennt Oh wie dumm der ist So Geh aus Feuer Alter Soll Der schießt mir ja alles Der schießt mir den Boden Komm hier Hier um bist du sicher Wo ist eigentlich unser Schloss nochmal gewesen Weiß ich gar nicht Ach da Ja ich geh da mal fahren Ja ja Ich greine mal im Nähtau rum und töte ein bisschen Pass auf Die Pigments Leute da ist noch eins So ein Gasvieh Hilfe Ja warte ich Kann grad nicht Okay das töte ich Nicht mit dem Bogen Nicht mit dem Bogen Mach ich doch gar nicht Ich versuch Ich hau das weg Alter ey das wird ja richtig Alter da ist noch eins Lol Tobi jetzt wird es aber ein bisschen viel Okay das kann ich mit dem Bogen abschießen Ja das ist über Ach das ist pep Ja Okay er ist tot Ähm Ja es hat was Nun hat nach der Perle Nach der Warte Alter Es ist ein 9 Es ist ein 9